und hier bin ich auch schon wieder willkommen zurück bei minecraft wir sind nach wie vor dabei hier unser unseren tempel weiter zu bauen der langsam gestalt annimmt jetzt müssen wir nur noch die feinheiten hier machen und ja genau ich würde sagen wir fangen erst mal an hier die ganzen steindinger hier zu entfernen weil die bringe ich allzu viel die haben ja wie gesagt nur gebaut dass wir dass der blitz quasi unsere bude nicht abfackelt und jetzt irgendwie rein geschneit keine ahnung ach ja eine schöne musik die hat mir noch gar nicht nur die hat was übrigens beim spiel augsburg gegen leverkusen steht es jetzt nach wie vor eins zu null und wir sind in der 77 minute und meine achse meine spitzhacke ist kaputt ja dann müssen wir so neu holen geht wohl nicht anders die diamanten spitzhacke möchte ich noch nicht nehmen die gebe ich mir für auf wenn man die irgendwie verzaubern können und ein ambus haben dann können wir die immer wieder reparieren ich glaube zwei spitzhacken sollten reichen ups da ist fehlt glaube ich noch ein barren so muss es sein das ist es jetzt alles nicht mehr da ist es auch nicht mehr da ist also ich glaube ich kann dass es da noch ein bisschen was ich habe ja gesagt dass ich mir jetzt mal schauen wir müssen jetzt irgendwie noch eine treppe hier hin bauen dass wir quasi hier hoch können hier ist ja so ein durchgang vielleicht können hier da rein zu bauen ist blöd wie machen wir denn die treppe nach oben wollen wir die so hin bauen nee das passt auch nicht wir können auch hier eine leiter hin bauen ist auch eine option einfach hier so eine leiter nach oben Ja, ich glaube, das mache ich. Machen wir sie mal hier hin. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Werkbank, um weitere Leitern erstellen zu können. Keine Panik, die heilige Werkbank wird uns die nötige Leitern zur Verfügung stellen. So, machen wir gleich ein paar. Vier, fünf Stück. Oh, ich habe immer noch mein Glücksei dabei. Mal schauen, ob da was wächst. Oh, heilige Werkbank, wirst du so gütig sein und hier einen Huhn schlüpfen lassen? Ähm, nein. Uh, das ist ein schlechtes Omen. Wir werden sterben. Und die Musik ist aus. Oh Gott. Oh, nee, war nur eine Pause. So, wir können ja gleich hier die Treppe, die Leiter weiterbauen. Und was die gleich hier ins nächste Stockwerk führt. Ja, so in etwa. Ah, ein Ding zu wenig. Sowas ärgert mich. Heilige Werkbank. Sei so gütig und gebe uns noch eine heilige Leiter. Einfach alles, was jetzt hier rauskommt, ist heilig. Oh Gott. Dann kloppen wir jetzt hier die Steine weg. Weiter, weiter. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Äh, ich muss was wegschmeißen. Nochmal die Weizenkörner. So. Oh Gott, jetzt regnet es schon wieder. Naja, aber gleich ist eh Nacht. Ich glaube, hier regnet es ein bisschen zu viel. Nur ein bisschen. Ähm, ähm. 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 So, ja komm. Ich packe jetzt mal das Thema aus mit, äh, mit Politik. Und zwar hat ja die Regierung vor kurzem beschlossen, Waffen an die Ukraine zu werfen. Äh, zu werfen. Ja, genau. Hier, nehmt ihr eure unsere Waffen. Pff. 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 Wirst du erschlagen von so, von so MGs. Ne. Die haben beschlossen, irgendwie Panzer zu liefern. Kampfpanzer. Und, äh, ich bin kein großer Fan davon. Im Radio wird das natürlich total schön gehaust. Gere, geredet. Ja, die Ukrainer, die armen Ukrainer, die brauchen die, um, die Waffen unbedingt, um sich zu verteidigen. Oh, dieser Krieg, um diesen Krieg zu beenden. Aber im Prinzip machen die nichts anderes, als dass sie diesen Krieg in die Länge ziehen, wenn sie den Ukrainern weiter irgendwie Waffen, äh, geben. Der Krieg wird dadurch nicht, äh, nicht gerade schöner. Im Gegenteil, wird viel grausamer, als er jetzt schon ist. Ich meine, jetzt fängt ja Russland an, schon mit Drohnen die Bevölkerung anzugreifen. Ah. Ich glaube, das hätten sie nicht gemacht, wenn die, äh, wenn sie die Waffen nicht geliefert hätten. So, ne. Dann, äh. Weil, keine Ahnung. Die Russen, die fühlen sich ja auch ein bisschen bedroht von dem Westen. So. Und, dass sie jetzt da auch irgendwelche Gegenwartsnamen treffen, weil die, äh, NATO halt auch Waffen schickt, ist doch klar, oder? Ich meine, die Russen werden nicht, äh, einfach nur tatenlos dasehen und, äh, zusehen, wie immer mehr Waffen an die Ukraine geliefert werden. Die werden da schon was dagegen tun, ja. Also, sie lassen sich das nicht auf sich sitzen. So, ja. Aber leider denken die ganzen Politiker so, dass die Russen, äh, dann eingeschüchtert werden und dann freiwillig irgendwie um Frieden beten. Aber das wird nie passieren, ja. Dieser Krieg wird so enden wie in Syrien. Alles ist hier, ird von den Amerikanern. Weil die mit der Renato-Expansion so übertrieben haben. Und ich hab so das Gefühl, dass manche Leute im Bundestag auch eher so die Interessen von Amerika vertreten und nicht die Interessen der Bürger. Ich meine, die ganzen, ich meine, ein Großteil der Bevölkerung ist gegen diese Waffenlieferung. Aber den Politikern scheint es scheißegal zu sein. Vor allem dieser scheiß Baerbock, ja. Jetzt hab ich scheiß Baerbock gesagt. Ähm, aber es ist so, ja. Die, äh, die hat sogar einmal gesagt, dass sie alles machen würde, um die Ukraine zu helfen, egal was ihre deutschen Wähler denken. So, das ist wirklich, das darf man nicht, dann soll sie wirklich politisch. Politik für die Ukraine machen, dann soll sie in die Ukraine auswandern, wenn sie lieber Politik für die Ukraine machen will, anstatt ihrer eigenen Bevölkerung, den Deutschen, ja. Also, äh, unfassbar, unfassbar, was die alles von sich gibt. Und ich muss mal sagen, ich war mal, ich hab die mal richtig gemacht, die Baerbock, ja. Ja, als sie so im Bundeskampf, äh, im Wahlkampf war, da hab ich mir von den drei Teichnitz-Kandidaten die Baerbock am meisten gewünscht. Ja, also von, von dem, ähm, von dem Laschet, von dem Scholz und von der Baerbock, da hab ich mir wirklich die Baerbock am meisten gewünscht. Aber, ich hab halt damals wirklich eher den Scholz dann doch genommen, so als Kandidat, ähm, weil der Laschet eben so, ah, ja. Ja, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Aber der hat mich dann wirklich sehr enttäuscht, dass ich so krass, äh, für den Krieg ist, also, beziehungsweise so dafür ist, Waffen zu liefern. Und Waffen schaffen keinen Frieden, Waffen verschlimmern den Frieden einfach, äh, den Krieg. Waffen, Waffen verschlimmern den Frieden, ja, genau. Genau, nein. Ähm, Waffen verschlimmern einfach Kriege und, und sorgen auch nicht für eine bessere Verhandlung. Also, Russland wird niemals zu den Amis hingehen und sagen, ach, tut uns Leihwüsenkrieg, bitte. Wir geben euch die Krim zurück, aber bitte, wir wollen Frieden. Das wird niemals passieren. Das wird niemals passieren. Aber viele Politiker denken, dass es so passieren wird, aber das ist alles Hirngespinst. Man kann eine Atombacht nicht mit Waffen besiegen. Ich meine, wenn Russland wollte, könnten sie ernst einfach Nuklearraketen gegen die Ukraine werfen und dann hätten sie diesen Krieg gewonnen. So, und ich glaube sogar, dass es so enden würde, ja, dass die Russen einfach mal sagen, so, es reicht, wir beenden diesen Krieg jetzt, wir setzen Atombuff ein. Nein, das ist quasi das schlimmste, die schlimmste Eskalation ever. Und das will ich der Ukraine einfach nicht wünschen. Und das ist, aber leider wird es so enden, glaube ich. Irgendwann sagt der Russe, nein, wir haben jetzt keinen Bock mehr und dann schießen sie Atomraketen gegen die Ukraine oder wenn nicht sogar gegen NATO-Territorium. Ich weiß, viele Spezialisten sagen, nein, das wird nicht passieren, aber ich sehe es anders. Irgendwann wird es dazu kommen, dass die Nuklearraketen eingesetzt werden. Und ich hoffe nicht gegen Deutschland, ja, weil sonst war es das für uns alle. Ja, also Krieg ist wirklich, man sollte nicht so mit dem Feuer spielen. Ich meine, man muss ja ein bisschen aus dem gelernt haben, was im Kalten Krieg passiert ist. Ja, im Kalten Krieg, da stand die Menschheit so mehrere Male kurz vor der eigenen Extinction, Extinction, Extinction ist das Wort, was ich sagen wollte. Aber dann ist es doch immer noch gut gegangen, weil dann eben die Vernunft gesiegt hat. Aber wenn man die Russen weiter provoziert, dann wird auch irgendwann mal die Vernunft scheitern. Ja, dann ist irgendwann mal, dann reißt einfach der Geduldsfaden. Und wenn man immer das weiter erweitert, diese Waffenlieferung, wenn man irgendwann mal anfängt, eigene Soldaten dann zur Ausbildung irgendwie zu schicken, dann ist man wirklich, dann sind wir de facto im Krieg, dann ist Deutschland eine Konfliktpartei in diesem Krieg. Und dann hat Russland sogar das Recht, das Völkerrecht, auch der NATO in den Krieg zu erklären. Weil das ist dann ein direkter Angriff ins Kriegsgeschehen. Ja gut, das ist jetzt meiner Meinung nach auch schon, wenn man der Ukraine Waffen liefert. Aber gut, ja. Das ist halt einfach blöd. Und viele Politiker, denen ist scheißegal, was die Bevölkerung sagt. Hauptsache, sie haben irgendwelche Verträge mit den Amis erfüllt. Wow, klasse. Also ich hätte es echt gefeiert, wenn der Scholz gesagt hätte, nein, wir liefern keine Kampfpanzer an die Ukraine. Wir wollen Frieden. Damit hätte ich, wäre auf meiner, auf meiner Wählerliste wieder ganz oben gewesen. Ja, dann hätte ich ihn wahrscheinlich wieder, dann hätte ich ihn sogar wieder als Kandidat gewählt. Ja, wenn er wirklich die Eier hätte, sowas zu sagen. Also, weil sowas beweist charakterliche Stärke. Aber immer auf das zu hören, was andere Länder auf einen sagen, auf einen eindringen. Ja, komm, liefert doch Waffen an die Ukraine. Gebt uns die Erlaubnis, dass wir auch Waffen liefern dürfen, dass wir auch die Kampfpanzer nutzen dürfen. Und dann nachgeben, das zeugt als Politiker von Schwäche. Man muss als Politiker wirklich die Eier haben, einfach über seine Überzeugungen zu stehen. Und nicht irgendwie auf das zu hören, was irgendwelche Lobbyisten oder irgendwie... irgendwelche Marionetten der Amerikaner sagen. Ja, das ist... Das ist einfach nicht schön für die Bevölkerung. Weil man hat ja die Leute gewählt, weil man eben... Weil die Bürger eben weinen, dass sie die Interessen der Bürger vertreten. Aber eher auf die Lobby ist, Lobbyverbände zu hören, anstatt auf die Bevölkerung. Das ist verachtenswert, finde ich. Ich meine, man hat ja das Amt, weil man eben von einem Volk gewählt würde. Nicht, weil man von den Lobbyisten gewählt wird. Das ist ein Unterschied. Nicht die Lobbyisten wählen ein, sondern die Bürger wählen ein. Aber das verstehen viele Politiker eben nicht. Die sagen einfach, ja komm, gibst mir Geld und dann mache ich das. Dann setze ich das um. Ja. Die lassen sich bestechen für keine Ahnung wie viele Riesen. Und dann setzen sie irgendwelche Gesetze um, obwohl die gar keinen Sinn machen für die Bevölkerung. Ja, keine Ahnung. Zum Beispiel dieses... Dieses... Ähm... Diese Energie... Was der Habeck mal durchsetzen wollte. Diese Energiesparbremse oder was auch immer. Dass man da irgendwie pauschal irgendwie was abgeben muss und so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht verstanden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass es nicht so gut rüberkam. Ja. Und... Das war ja auch nicht hilfreich für die Bevölkerung und... Boah. Ja. Also da verstehe ich eben die Politiker nicht. Ich meine, man muss doch den Respekt haben vor seinem Volk, wenn man schon das Amt eines Bundeskanzlers hat und auf die Leute hören. Wenn die ganze Bevölkerung sagt, nein, wir wollen keine Waffenlieferung. Dann muss man doch den Wünschen des Volkes respektieren und nicht einfach sagen, ja komm, ich höre auf das, was die Amis mir sagen, ja. Oder auf das, was irgendwelche Firmen zu mir sagen, ja. Weil ich eben Geld von denen bekommen habe. Das ist komplett falscher Weg. Das ist Korruption. Also ich finde, man muss wirklich mit Russland sich irgendwie versöhnigen, ja. Man muss quasi Bein und Putin an einen Tisch setzen und sagen, so und dann irgendwelche Kompromisse finden. Ja, von mir aus auch den Zelensky dazu. Und wenn der Zelensky weiter hier... Alter, der Zelensky, der ist so schlimm, der will die NATO wirklich in einen dritten Weltkrieg hetzen, ja. Der sorgt wirklich alles dafür, dass die NATO sich im Krieg gegen Russland befindet. Hauptsache, sein eigenes Land ist dadurch gerettet, obwohl er damit die ganze Menschheit ausgerottet werden könnte, sobald sich NATO und Russland im Krieg befinden. Dann ist die Menschheit tot. Aber das scheint der Zelensky nicht zu checken. Hauptsache, seine Ukraine ist gerettet. Lieber ziehe ich die ganze Menschheit mit in den Abgrund, anstatt sein eigenes Volk irgendwie. Das ist echt so schlimm, also der Zelensky, der ist echt sehr schlimm. Und viele, der ganze Westen feiert ihn als Helden, als Verteidiger der westlichen Welt. Aber im Prinzip, im Prinzip sorgt er nur dafür, dass der dritte Weltkrieg entstehen wird. Weil er eben die ganze NATO mit in den Krieg zieht. So, weil er eben bettelt, ach ja, können wir bitte noch was haben, können wir vielleicht, können wir Panzer haben. Und dann liefern die Panzer und dann können wir nicht mehr Panzer haben. Und das wird so weitergehen, das wird immer schlimmer. Der Zelensky, der bettelt, bettelt, bettelt und die NATO gibt, 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 gibt. Und es wird immer schlimmer. Und irgendwann sagen die Russen, so, NATO, jetzt habt ihr, jetzt habt ihr es übertrieben, jetzt erklären wir euch den Krieg. So wird das Ganze enden, ja. Und dann sind wir alle tot, ja. So wird das Ganze enden. Meine Meinung. Das Einzige, was uns helfen kann, ist ein Wunder, dass wirklich, dass wirklich irgendwie ein Politiker an die Macht kommt und irgendwie mal ein Zeichen setzt für Diplomatie und das, dass die Russen dann auch bereit sind für Diplomatie und die Ukraine auch. Aber das wird nie passieren, solange Zelensky, äh, der NATO immer vorschreibt, was sie zu tun haben. Ja. Das ist echt lustig. Also, die, die Ukraine leitet die NATO, obwohl die nicht einmal Mitglied der NATO ist. Also, das ist echt ein Witz. Ja, das ist echt. Ah. Also, ihr müsst eins verstehen. Ich bin, äh, weder pro Ukraine noch pro Russland. Ja, auch wenn viele Leute für Ukraine sind, ich bin weder für Russland noch für Ukraine, weil, ähm, 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 weil ich meine, wir sind de facto, sind wir, ist die, die Ukraine ist nicht in der NATO. Und die NATO hat dafür gesorgt, dass die Ukraine sich im Krieg befindet, weil die NATO sich soweit nach Osten ausgedehnt hat. Obwohl es einen Vertrag gab, namens den Warschauer, äh, den Warschauer Pakt, nein, dem, das Minsker Abkommen, an dem sich die NATO überhaupt nicht gehalten hat, ja. Und genau deswegen hat der Russe die Ukraine angegriffen, weil sie sich eben verarscht gefühlt haben. Weil die NATO immer, es hieß ja im Minsker Abkommen, dass die Ukraine, äh, dass die NATO sich nicht weiter ausdehnt als nach West, äh, nach Ostdeutschland. Und mittlerweile ist die NATO schon soweit, dass sie vor, äh, ja, dass sie sich schon, äh, kurz vor, ja, dass sie sich schon an den russischen Grenzen nähert. Und da fühlt sich Russland eben bedroht, aber das wird halt nicht berichtet in den Medien, weil die Medien natürlich das souverieren wollen. Die Russen sind die Bösen, sie greifen die Ukraine an, aus irgendwelchen eigeninteressischen Gründen, und, ja, und wir sind die Guten, und wir müssen quasi die Ukraine beschützen, weil sie eben angegriffen werden. So, äh, das wird quasi souveriert in den Medien. Obwohl man gar keine, obwohl gar nicht berichtet wird, warum Russland das macht. Ich meine, Russland ist, hat schon seinen Grund, warum es die Ukraine angreift. Sie haben schon ihre Gründe. Aber das wird halt in den Medien nicht erzählt, weil die Medien wollen halt das Bild, äh, überbringen. Ja, die Russen sind die Bösen, und wir müssen die freie Welt schützen. Bullshit, ja? Bullshit. Die NATO ist der Aggressor, meiner Meinung nach, hat sich viel zu weit in den Osten ausgedehnt. Und deswegen müssen die Russen jetzt quasi ein Zeichen setzen, um zu sagen, nein, stopp, es reicht. Wir wollen nicht, dass ihr euch weiter uns nähert. Genau deswegen haben die Russen die Ukraine angegriffen. Aber das wird natürlich in den Medien nicht berichtet, ne? Also, ihr merkt schon, das ist alles, alles Propaganda. Ja, und heutzutage ist alles antirussisch. Auch, auch, ich finde es auch lächerlich, dass die ganzen russischen Sportler verbannt werden. Also, ich meine, was haben die russischen Sportler mit, äh, diesem Krieg zu tun? Gar nichts. Warum verbannt man die dann? Warum verbannt man Russland als Nationalmannschaft aus der FIFA? Oder warum darf die russische Nationalmannschaft nicht mehr an Wettkämpfen mitmachen? Obwohl die russische Mannschaft gar nichts mit diesem Krieg zu tun hat. Also, äh, das ist einfach nur Hirngespinst. Das ist einfach alles Einfluss der Amerikaner, weil die so antirussland sind. Die haben immer noch dieses Krieg, äh, dieses Bild vom kalten Krieg im Kopf. Und das kriegen sie irgendwie nicht aus dem Kopf. Und die wollen quasi den dritten Weltkrieg produzieren. Also, wenn der dritte Weltkrieg mal ausbrechen sollte, das ist nicht die Schuld der Russen, sondern die Schuld der Amerikaner. Weil die immer noch in diesem, äh, immer noch in diesem Bild drin sind. Die Russen sind böse. Wir müssen, wir müssen was dagegen tun. Äh, 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 wir müssen die Demokratie beschützen. Och, ich könnte kotzen, ey. Wie blöd manche Politiker auch sind, ey. Und die Leute, die ganzen Leute, die im Bundestag sind, die haben alles, die sind alles von den, werden alles von, Wahrscheinlich haben die ganzen, äh, Bundestagsabgeordneten, sind teilweise Puppen von der Amerikaner, die auf das hören, was die Amerikaner wollen, und nicht was, das, was die, äh, was die Deutschen wollen, ja. Und die Baerbock ist die größte Puppe von anderen. Die hört einfach auf alles. Wenn's nach der Baerbock geht, würde sie sogar wahrscheinlich Atombomben in die Ukraine liefern, ja. Total bescheuert. Ich mein, die spielen hier gerade mit dem Feuer, mit dem Feuer, was uns alle umbringen kann, ja. Aber das ist natürlich den Politikern scheißegal, solange sie ihr Geld von, von ihren Lobbyistenverbänden kriegen und von den Amis und sonst so. Ich mein, den Amis kann's uns scheißegal sein, wie es uns Europäer geht, ja. Wir sind direkt an der Grenze zu Russland, wir Europäer, ja. Den Amis kann's scheißegal sein, dass die Russen Europa angreifen. Das kann uns scheißegal sein, weil die da in ihrem anderen Ende der Welt wohnen, ja. Wir sind quasi ihr Schutzschild vor den Russen. Deswegen können die Amerikaner so provozieren, wie sie wollen, weil wir Europäer sind die Ersten, die den Schmerz zu spüren bekommen, sobald die Russen und die NATO angreifen. Wir sind die Ersten Opfer. Aber das scheinen die deutschen Politiker nicht zu verstehen, die auf die Amis hören. Ja, also, ah. Hauptsache, ah, ich wiederhole mich. Ihr merkt, ich merke schon, ich wiederhole mich. Oh, da ist ein Schneeblock. Sowas triggert mich. Scheiße, ich hab keine Fackel dabei. Boah, ey, das sieht echt geil aus, langsam. Ja, das sieht immer besser und besser aus. Ah, ich bin so stolz auf mich. Aber es ist noch nicht fertig. Warte, warum hab ich eigentlich hier so Holzdinge hingebaut? Eigentlich wollte ich hier doch Stein hin... Oh, Mann, ich hab das falsch gebaut. Also hier, die Dinger muss ich nochmal abreißen und dann muss ich Stein hinbauen. Hier so ein Ding, hier so wie hier draußen. Aber so langsam nimmt es doch Form an. Ähm, jetzt brauch ich Cupple Stone. Jetzt hab ich so viel gequatscht um Politik. Aber ihr merkt schon, ich kann sehr viel über Politik reden, weil das ist so ein Thema, das regt mich immer aufs Neueste auf. Ja, ich höre ja fast jeden Tag Radio, wenn ich zur Arbeit fahre, beziehungsweise wenn ich im Außendienst Radio höre, im Auto, ja, da höre ich manchmal so Nachrichten und da könnte ich jedes Mal kotzen über das, was so berichtet wird. Ja, Waffenlieferungen und so weiter und dass jetzt die Beitrittsverhandlungen in die EU bestäunigen wollen, dass die Ukraine bald in der EU ist. Ja, obwohl, wenn die dann in der EU ist, dann sind wir, dann ist Russland de facto im Krieg gegen die EU. Ja, das heißt, wir sind gegen Russland im Krieg direkt. Sobald die Ukraine Mitglied in der EU ist, sind wir im Krieg gegen Russland. Und genau das wollen die jetzt verschnellern. Das heißt, wir sind noch schneller im Krieg gegen Russland. Yeah, noch schneller sterben. Geil, geil auch, ja. Und den Amis, den kann es scheißegal sein, weil wir sterben zuerst. Danach kommen die Amis, ja. Wenn wir gestorben sind, sind die Amis mobilisiert, ja. Ach, das ist so blöd, ey. Das ist so blöd. Und viele deutsche Politiker, die checken das einfach nicht. Wir sind die ersten Opfer, sobald dieser Krieg los ist. Das ist so. So, ähm, jetzt wollte ich hier noch, äh, Kabelst... Ich hab keine Kabelstones mehr, kann das sein? Könnt ihr mir das erzählen, dass ich keine Kabelstones mehr hab? Nur noch ein Stack. Shit, ich hab keine Kabelstones mehr. Vielleicht brauch ich auch gar nicht so viel. Ich meine, ich muss ja hier nur... Schauen wir mal, ob es reicht. Ich hab keine Ahnung. So, wir können hier mal uns hier raus... Na, wobei hier, ne, machen wir es mal so. Genau, das hier muss ich dann abreißen. Das machen wir dann so wie hier unten. Das auch. So, dann hier hoch. Gut, dann kommt dieser... Jetzt mal kurz... Ich glaub, jetzt kommt hier Stein hin. Hier kommt dann der erste Holzblock. Ich probier's einfach mal rum, ne. Also, es kann sein, dass das alles falsch ist. So, nein. So ist falsch. So, in etwa... Ich glaub, das muss ich aus Holz machen, kann das sein. Schauen wir's mal von außen an. Äh, scheiße. Äh, ne. Ne, 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 das muss anders sein. Da muss Holz hin, da muss Holz hin. Äh, Gott, das hab ich blöd gemacht. Also, hier muss Holz hin. Ja, okay. Ja, das sind so Feinheiten. Ähm. Gehört dazu. Warte, jetzt mach ich einfach mal so, dass ich hier ein Ding hin mach, weil sonst muss ich ständig die Leiter nehmen, das ist auch auf Tour. Nicht so geil. Okay, äh, dann machen wir hier weg. Genau, dass das quasi so aussieht. Zack und zack. Irgendwie ist dieses von... Ich glaub, das muss ja auch aus Holz machen, oder? Ja, das muss ja auch aus Holz machen. Dachte ich mir doch. Das sieht sehr komisch aus. Okay. Dann nochmal hochlaufen und dann da links. So, gut. Dann auf der Seite das gleiche Spielchen. Ähm, wir können dann mal nochmal von außen aussehen. Äh, Ausschau halten, wie es aussieht. Ja, so in etwa, ja. Ähm. Genau, jetzt machen wir das gleiche auf der Seite. Hier müssen wir dann auch noch so eine... So ein... So ein Rahmen hinbauen. So, erst mal diesen lästigen Zaun hier entfernen. Warte, wie haben wir das denn hier gebaut? Ah ja, okay. Äh, dann kommt hier erstmal der... äh, der Außenrahmen hin. Ach, da oben ist ja auch noch. Muss auch alles weg. Gut, dann... Kommt hier der Holzbalken hin, für die Querstränge. So, in etwa. Ja, hier muss auch Holz hin, genau. Gut, dann vergleichen wir mal. Hier kommt dann das Spiel die Tür hin, sobald hier, äh, die nächste Plattform ist. Genau, jetzt müssen wir hier nur noch diesen Rahmen hinbauen, aber ich glaube, da brauchen wir weitere Stämme. Ähm. Das heißt, wir sollten wieder Holz hacken. Genau, und wir können... Wenn das fertig ist, können wir ja auch anfangen, gleich hier bis hier rüber zu bauen, ja. Die... Die nächste Plattform. Ja, wir könnten auch noch hier so Feinheiten machen. Irgendwie ist hier unten... Hier unten ist 5, hier ist 4. Das... Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Wenn hier 5 sind, hier 4 und hier 4. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber andererseits ist es natürlich, äh... Ich weiß nicht. Ich bin mir so unsicher. Ich glaube, das können wir schon so lassen. Ich glaube, ich platziere jetzt mal so Fackeln und schaue mir das dann mal an. Ähm, hier hoch. Ähm, hier hoch. Soweit auf dieser Seite. Dann auf der. Wir haben halt hier jetzt nur 4 Abstände statt 5. Das wirkt natürlich etwas komisch. Das war, glaube ich, nicht meine Absicht. Aber ich möchte das jetzt auch nicht nochmal alles abreißen. Äh, ja, ich bin zwiegespalten, was das angeht. Ähm, hm. Vielleicht können wir die Fackeln auch hier an der Kante hier hinbauen. Das ist zwar ein gefährliches Vorhaben, aber vielleicht würde es auch ganz gut passen. Ähm, ja, das sind so Feinheiten, die hebe ich mir fürs Ende auf. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach so, dass hier 5 sind und hier 4 Abstände. Das ist hier unten ein bisschen größer als das hier oben. Mein Gott, dann ist es halt so. Ähm, wir machen dann hier noch so ein Dach hin. Hier so ein Quer. Biken quasi hier so quer. Das ist, wie, ihr kennt es bestimmt von so einem, von so einem germanischen Langhaus. Die haben ja oben auch so. Ich glaube, ich kann es euch mal zeigen. Moment, ich google mal schnell. Vielleicht finde ich das mal. Übrigens, Augsburg hat 1 zu 0 gewonnen letzten Endes. Ich google mal, ob ich das finde. Ähm, Sekunde. Wollen wir es mal hier. Ähm, sag ich euch mal schnell. Ja, ungefähr in dem Stil. Ja, genau so ungefähr. So soll es ungefähr dann aussehen. Ähm, na, so nicht. Genau so in etwa stelle ich es mir vor. Genau, also dass wir quasi hier so eine Schräge haben. Ich kann es euch mal damit zeigen. Dass wir quasi hier so eine Schräge haben. Und in der Mitte quasi es gerade geht. Bis hier vor. Ja, dass das alles hier gesammelt wird. Und dann hier so alles gerade hier rüber geht. So, das ist. So soll es dann etwa sein. Ähm, es ist die Frage, wie machen wir weiter? Jetzt haben wir ja hier... Ach ja, richtig. Ich wollte jetzt hier noch weitere... Da hinten sind Birken. Ich muss da mal rüber laufen. Ich laufe jetzt mal da rüber. Oder vielleicht kann man ja eine Brücke hier rüber bauen. So eine Riesenbrücke. So eine Art Hängebrücke. Wie baut man eine Hängebrücke in Minecraft? Keine Ahnung. Also hier so eine Hängebrücke bis hier rüber. Nee, nee. Passt einfach nicht. Passt nicht, nee. Das lassen wir. Also ich hole jetzt mal eine Axt. Wir haben ja noch 20 Minuten übrig. Dann fällen wir noch die letzten Parts... Äh, die letzten... Minuten ein bisschen Holz. Und dann sollte man, glaube ich... Ja, im nächsten Part noch mehr Holz fällen. Und dann können wir ja anfangen hier... Ah, erst mal... Ja, genau. Erst mal sich selber verbrennen. Nein, äh... So, wir können ja mal schauen, wie weit sind unsere Fichten gewachsen. Hier unten. Ah, schon ein bisschen. Ich glaube... Habst du das Gefühl, dass nicht alle Fichten wirklich wachsen? Weil wir nicht die ganze Zeit anwesend sind? So, und hier wollte ich auch noch was machen, ne? Die ganzen Häuser da... Ah, ja. Da wollte ich auch noch was machen. Ja, ja. So viele Baustellen. Ähm... Aber dann ist, äh... Blitzbergen hoffentlich irgendwann mal fertig. Wir sind ja jetzt auch relativ produktiv gewesen in den letzten Parts. Haben viel gebaut. Gerade diesen Tempel hier. Den haben wir innerhalb von zwei, drei Parts errichtet. Ja, das ganze Gebäude hier haben wir in zwei, drei Parts gebaut. So, und ich glaube, ich laufe jetzt hier rüber und dann... werden wir im nächsten Part Holz fällen. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine Hüllenerkundung auch machen, weil uns langsam auch das Eisen ausgeht. Wir haben nur noch elf Blöcke übrig. Und ein paar Goldblöcke wären auch nicht schlecht für unseren heiligen Tempel. So als Deko. Ähm... Ja. Ich schätze mal, ich werde jetzt noch einmal mich aufmachen, hier das weiterzubauen. Und dann werde ich kurze Pause machen und... Dann machen wir mal wieder eine Höhlenerkundung. Und erstmal mal wieder was anderes erleben, als ständig nur dieses Gebäude hier weiterzubauen. Das wird ja nach einer Zeit wird es ja auch langweilig, ne? Wenn man das mehrere Wochen lang erlebt, so immer dieses Gebäude hier. Nur an diesem Gebäude. Wir brauchen auch mal ein bisschen Abwechslung, muss ja auch drin sein, ne? Sonst wird es ja langweilig. So, ich lage jetzt mal das ganze Zeug hier rein. So, und dann... Dann kann ich ja schon mal rüberlaufen. Das ganze Gedöns hier mal ins Inventory. Äh... Was ist damit? Keine Ahnung. Hier ist noch Platz. Oh, meine schöne Sortierung. Komplett ruiniert. Naja. Passiert. So, dann laufen wir hier rüber. Und dann fangen wir an, die ersten Bäume zu holzen. Und dann können wir den Part auch schon beenden. So, sind hier eigentlich noch auf unserer Ebene noch ein paar Bäume, ein paar Fichten oder so? Ist das eine Fichte? Ne, das ist eine Eiche. Oh, Gott, wie kommen wir da rüber? Wie kommen wir da rüber? Vielleicht mache ich hier so eine Hängebrücke. Aber wie baut man eine Hängebrücke in meinen Kopf? Hier könnte mir... Ich glaube, ich baue hier eine Hängebrücke rüber. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das ist ein extrem gefährliches Vorhaben. Aber ist vielleicht das Abschluss nicht schlecht. Wenn wir scheitern, verlieren wir 44 Level an Erfahrungspunkten. Mei, dann ist es halt so. Also, ich baue jetzt eine Hängebrücke. Die sieht dann total komisch aus. Mal schauen, ob es funktioniert. Von mir aus können wir die aus Birke bauen. Oder aus Eiche? Wollen wir die aus Eiche bauen? Ich glaube, Eiche ist besser. Machen wir die einfach mal aus Eiche, genau. So, wir haben ja noch viel Eichenholz da. Eichenstamm können wir auch gut gebrauchen. Genau, das sollte reichen. Gut, dann fangen wir da... Ah, warte, ich muss hier noch so Halbsteps bauen. So, in etwa. Machen wir noch ein paar mehr. So, ich glaube, das sollte reichen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut aussieht oder ob das schlecht aussieht. Das sehen wir dann am Ende. Probieren wir es einfach mal. Also, die Hängebrücke sagen wir, sie soll hier anfangen. Das heißt, wir müssen hier erstmal so eine Art Plattform hinbauen. Die soll dann etwa so gehen. Dann machen wir so eine Art Stützpfeil für das Seil quasi, ne? Ja, ja, die Geier, die kreisen schon um mich herum, weil die wissen, was passieren wird. So, und jetzt kommt das Gefährliche. An alle, die Höhenangst haben, ihr solltet besser wegschauen. So, ich habe jetzt aber auch mal ein paarukimer parts. So, ich habe jetzt aber auch noch einen Millen-Emmen-Emmen-Emmen-Emmen-Emmen-Emmen-Emmen. Boah, Gott, der legt gerade eben. Äh, ja. Äh. Ja, weiter geht's. Also hier will man nicht runterfallen. Mist, jetzt haben wir keine, ach, wir haben noch ein paar Stufen übrig. So, jetzt sind wir fast da. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt keinen Herzinfarkt erlitten. Ich habe selber auch Höhenangst. Bäm. So eine fette Brücke. Ich weiß nicht, ob die so gut in die Landschaft reinpasst. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Wenn die stört, reiß ich sie ab. Das wird auch ein lustiges Unterfangen, glaube ich, werden. Ach ja. Na komm, machen wir die Brücke noch schnell fertig und dann reicht es auch für das Erste. Für heute. Haben wir keine Eichen mehr da? Doch. Klar. Hier. Bäm. Bäm. So, das ist ja im Prinzip wie der ganze Ukraine kriegt, ne? Ich spiel mit dem Feuer. Gute Metapher. Ach nö, jetzt kommt die Eule. Aber die Brücke macht schon Sinn. Gut, das ist zwar unlogisch, dass die so weit geht und so. Aber Hängebrücken gehen ja auch so weit, ne? Gut, aber Hängebrücken gehen ja auch ein bisschen runter, ne? Diese Brücke ist quasi gerade. Aber man sieht hier ziemlich geil unsere Base hier von außen. Das ist auch schon ganz nett. Ich glaube, die lasse ich stehen. Weil hier füllt schon einen guten Zweck. So was, solche Spielereien kann man beispielsweise in der Standardversion von Minecraft nicht machen. Also quasi jede Maps, wo nicht zerklüftet sind, ja? So was kann man quasi dort nicht machen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie die Möglichkeit, Seile zu platzieren in Minecraft? So, dass das auch aussieht wie so eine Hängebrücke. Oh man, kein Holz mehr da. Mach mal schnell eine Werkbank, so eine obligatorische. Das ist keine Werkbank. Fünf Stämme brauche ich noch am Ende für... ...für quasi den Anfang. Ich glaube, das reicht. Ja, damit könnte man sogar locker noch eine zweite Hängebrücke hinbauen, wenn wir wollten. So, wir sollten vielleicht hier dieses Gebiet noch ein bisschen erhöhen. Oh, hier ist Kackschnee hier unten. Ja, aber hier könnten wir das Gebiet noch ein bisschen ebenen, dass das halt auch eben ist mit dem da drüben. Genau, ich werde hier aber nichts weiteres hinbauen. Also keine Absicherung. Weil es soll schon so eine Art Gefahr schon noch darstellen, ja? Weil so eine Hängebrücke, ich weiß nicht, die ist ja auch ein bisschen gefährlich, ne? Ja. Ist halt bloß komisch, dass die jetzt hier quer durch die Landschaft geht. Wir müssen halt dann quasi das ganze Gebiet noch ein bisschen hoch platzieren, dass es ein bisschen ebener wird. Und dann haben wir dieses Gebiet hier quasi auch erschlossen. Genau, diesen Kackschnee müssen wir halt auch noch entfernen. Ähm, ja. Genau. Genau. Ja, jetzt sind wir hier bei den Tannen und jetzt können wir im nächsten Part anfangen hier das ganze abzuholzen. Und ja, dann haben wir einiges an Holz wahrscheinlich wieder da und können dadurch unsere Buhl noch besser weiterbauen. Ja, also das so zum Thema des nächsten Parts. Ich glaube, ich fange jetzt sogar ein bisschen noch damit an. Ein paar Minuten haben wir ja noch übrig. Und ansonsten müssen wir irgendwann mal... Huch! Äh, ansonsten müssen wir mal bei... Achso, der Schnee entfernt sich ja, weil... Ja gut. Amsonsten müssen wir mal bei Gelegenheit hier das ganze Gebiet ein bisschen ebnen. Den Kackschnee da wegtun. Genau, ja. Und dann haben wir hier eine schöne Hängebrücke stehen, die hoffentlich bis ans Ende der Tage bestehen wird. Aber das war schon eine gute Idee, die Brücke hier hinzubauen. Ah, das ist so ein schönes Gefühl. So satisfying, wenn der Schnee sich entfernt. Oh! 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 Na, hier sind es schon sehr viele Fichten. So muss es sein. Ich glaube, ich gehe mal in so ein Gebiet rein, wo es nur Fichtenbäume gibt. Es gibt so ein reines Fichtenbiom und fällt den ganzen Wald nieder. Da haben wir genug Holz, um die ganze Bude fertig bauen zu können. Auf einen Schlag. Dann nutzen wir einen Part lang, um einen ganzen Fichtenwald abzuholzen. Und einen Part, um das ganze Gebäude fertig zu bauen. Oder sagen wir zwei Parts, weil das dauert auch schon ein bisschen. Ja, ein paar Eichen können wir auch noch mitnehmen. Und da ist die Echse kaputt. Aber wir haben ja noch weitere Echse bei uns. Wir werden dann so viele Stämme haben, dass es... Damit kriegen wir einiges gebaut. Das geht hier sogar noch weiter. Das ist echt eine schöne Mord. Ich liebe diese Mord einfach. Ja, viele sagen jetzt... Ach, Tüten, du hast sie dir nicht ehrlich erarbeitet. Aber letzten Endes ist es logisch. Wenn man einen Baum fällt, dann kriegt man das Holz. Klar, ich könnte mich jetzt natürlich da hinstellen und jeden Block einzeln abbauen. Aber da würde das Let's Play noch länger dauern. Und wir würden noch länger brauchen mit unserer Bude. Von daher ist es eine gute Abkürzung, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ich meine, das ist mein Let's Play. Ich setze mir meine eigenen Regeln. Und wenn es euch nicht passt, dann schaut halt nicht zu. Und ja, ne? Ist immer das Gleiche, ne? Also wenn ihr irgendwas nicht wollt, dann schaut es einfach nicht. Ich verstehe das auch nicht, warum viele Leute irgendwie sich immer darüber aufregen, dass jemand es so macht, so macht, so macht. Aber das dann trotzdem schaut, ja? Ich meine, ne? Ein bisschen Kritik ist ja in Ordnung, aber etwas nur so zu haten, weil Person XY das macht, statt das da, äh, ja. Dann soll man es halt selber spielen und Let's Playen. Das ist ganz einfach. Gut, ja, wir haben einiges Holz jetzt gesammelt, aber es geht natürlich noch weiter. Alter, was ist denn das hier? Das fällt mir jetzt jetzt auf. Naja, egal. Hier sind einiges an Eichen und hier... Boah, Fichtenparadies! Das wird alles gefällt im nächsten Part. Wir werden so viel Holz haben. Der ganze Wald wird ausgestorben sein und das hier wird mächtig dann. Äh, unsere Souveränität über diese Welt. Quasi ein Wolf. Das wird dann quasi unsere Macht in dieser Welt, äh, darstellen. Sobald dieses Gebäude fertig ist. Auf drei Ebenen verteilt. Ja, ihr seht ja schon grob, wie es dann aussehen wird. Es wird richtig geil. Okay, nun gut, dann, äh, ja, wir haben soweit für heute, äh, geschafft und wir sollen uns wieder im nächsten Part, wenn wir weiter Holz ver... Holz sammeln. Bis dann, euer Janka. Ciao.